So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warlords Battlecry 2. Wir sind schon wieder in den Goblinbergen. Und ich kriege schon wieder auf den Sack, muss ich mal so feststellen. So. Okay, hab ich. Ja, dann würde ich jetzt nochmal einen Ausfall riskieren. Ich greife an. Mit allem, was ich habe. Und hoffe einfach darauf, dass die Wächterstatuen das überleben. Ich muss eine Bresche reinschlagen. Das geht nicht. Ich kann nicht permanent in der Defensive sein. Das funktioniert einfach nicht. Ich muss angreifen. Und ich muss reinkommen. Ich muss, also ich muss einen von den Wegen, muss ich öffnen, damit ich da reinkomme. Ansonsten, irgendwann gewinnt natürlich der, der am meisten Ressourcen hat. Ja, das ist ja logisch. Na, das schaffen die ich, wenn das passt. So, ich bin drinnen. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann würde ich jetzt hier nach und nach die Verteidigung von Schwarz vernichten. Hier baue ich weiterhin Truppen. Das passt. Dann mache ich mal das. Also wenn der Schwarz weg ist, dann ist Corinne auch kein Thema. Echt, waren die stark genug, um den gegnerischen Helden zu töten? Interessant. Ah, da kommt noch Harp hier. Ja, die glaubt mir, das Mann hat. Da ist Lüfter. Da ist Lüfter. Da ist Lüfter. Da sind Lüfter. Der Kipp. Der Kipp. Da ist Lüster. Wie coated? Der Kipp. Da ist Lüster. Der Kipp. so da sind wir bei der base du hab hier was macht nix Ja, es macht nichts. Die Wäscherstattern, die hätten es aus. Das ist halt das Coole daran. Du machst die Eimer, die halten ewig und die sind ultra stark. Die hauen halt so viel weg. Auch später noch. Einziges Problem sind halt Einheiten, die gegen Feuerimmun sind. Aber das sind ja nicht so viele. Alter, der haut hier die Leute weg, ja. So. Okay. Also wir haben einen Haufen Schaden angerichtet. Das ist gut. Würde ich nämlich sagen, mit denen gehen wir jetzt mal hier ein bisschen da in die Offensive. Ah, der Turmae-Boat, ja. Oder einen Turmae. Macht nichts. So weg damit. Wir haben Chaos. Deswegen sind die langsamen. Oder Angst haben die, genau. Jetzt ist es weg. Wieso bewegt ihr euch nicht? Hä? Seht ihr das? Das ist euer Problem. Bewegt euch. Hä? Bewegen sich nicht. Könnte ich nix machen. Kein nix machen. Okay. Ja, ich sah ja. Das Spiel ist Buggy. Aber es macht nix. Trotzdem cool. So. Hohohohohohohoho. Die scheiß Harpien, ey. Die klauen mir immer das fucking Mana. Dann kann ich nix machen. Das ist auch später, wenn du mit deinem Hero unterwegs bist, ist das so der Supergirl, ey. Harpien. Na ja, die Goblins mit ihren Blitzen, ey. Die sind auch gefährlich. So, das heißt ja aber, dass der hier unten ne Basis hat oder nicht. Irgendwo hat er... Ah. Ah. Der hat ja noch seinen Helden, ja. Und mit denen kann ich nix machen, man. Die machen nix. Ich kann die nicht bewegen. Die sind auf Wildheit. Trotzdem bewegen sie sich nicht. Voll scheiße, man. Dieses Spielen. Naja, das Goblin Katapult ist ballert jetzt. Okay. Stufe 5. Hier versuchen sie es erst gar nicht mehr. Das ist klug. So. Ja, da ist die Base halt, ja. Aber ich komm halt nicht ran. Ich kann ja nix machen. Scheiß Typen, ey. Da haben wir einen Riesen. Die sind doch krass, ja. Die Riesen. So, also der hat ja zwei Horst auf Maximum. Ich befürchte, dass der dabei ist, einen Drachen zu bauen. Das kann ich nicht akzeptieren. Dein Drachen, wie ich gesagt habe. Schaffen die den? Oh, krass, ey. Baut der da einen scheiß Drachen unterwegs noch? Ah, Goblin Katapult. Ey, sieh dieses Level, ja. Das ist schon... Das ist jetzt nicht das Schwierigste, aber das ist schon scheiße, am Anfang. Man scheint baut ja die Riesen. So, macht das, macht das. Der bewegt sich auch nicht, aber es ist doch... Alles klar. Jetzt geht mal auf das Goblin Katapult. Das macht euch kaputt. So, okay, haben wir. Alles klar. Zack. So, Attacke da unten. Nehmt ihnen die Minen. Die machen nochmal nichts. Ich glaube, die konnte ich auch... Irgendwie konnte man die töten. Ich weiß allerdings nicht, wie. So, alles klar. Dahin. Jetzt probierst du ja nach wie vor, dass der einen Helden hat. Wo ist der scheiß Helden? Okay. Wo kann's denn hin? Wo kann's denn hin? Wo kann's denn hin? Ja. 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 Das könnte sein, dass er da seine Basis hat. Das könnte sein. Und da baut er sich auf. Oh. 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 erhält genau es ist ja denn schamane dann so stark zu den schnapp uns aber es ist ja 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 Endlich, krass, okay. Gut, dann müssten wir jetzt eigentlich schon mal aufräumen, oder? Der Rest dürfte ja nicht so komplex sein. Ja, der hat mit seinem Helden lange noch überlebt. So, Wildheit. Ihr könnt von mir aus auch wild sein. Oh, jetzt trotzdem noch mal. Und rum hin? Ui! Das sind wahrscheinlich die letzten Einheiten. Jawohl! Krass, okay. Jetzt lebt nur noch der Schwarze. Das cierto? Mutt war das kreire. Das kreire war das. Und mit всех letzten Ty ARE ich vorbei. Ihrer Kriezi Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ne, sind controller nicht Dann weiß ich es nicht Ah, doch, ich weiß es Ach, die Reaver! Ach, das sind die Reaver, ja Na klar Ich weiß, was das für ein Level ist Gehen wir nach da oben? Ähm, ich würde sie sogar mitnehmen. So. Räumen wir gleich mal auf hier. So. Zack. 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 Da rein. Immer drauf, da. Immer drauf, da. Ich hau mal weg, ja. Ja, die Reaver sind scheiße. Die sind... Naja. Sie sind halt so, wie sie sind. So, 192 ran. Kann ich leider nicht. Schade. Dann würde ich die Reaver aber hier lassen, dass sie dafür Ordnung sorgen. Dem Zwergen würde ich einfach mal weitergehen, jung. Hau mal rein. So. Zack. Hier geht da rein. Ja, well. Dann hätten wir das. Aber ich lasse sie da zum einen nehmen. Ich halte halt noch nichts, oder? Oh, das ist schade. Das müsste aber jetzt der Gegner gewesen sein, genau. Dann gehe ich nur meinem Hero da oben hin. Dem gehe ich da drüben hin. So, dann kaufe ich das hier. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir auch mit unserem Helden ein bisschen agieren können. Zack, zack, zack. Schön alles kaputt machen hier. Ah, 960. Ich glaube ich noch ewig nicht. So, zack. Okay, was haben wir? Wir haben ein Moral. Ich packe es mal da rein, damit ich da nicht immer wieder rein renne. So, dann würde ich hier... ...das bauen. Oh, ich habe denen keine Nummer gegeben. Schlecht. Schlecht. Ja, kommt nicht. Okay, gehen wir mal rüber. Ah, Kristalle sind noch nicht da. Zelle sind da, okay. Was ist es? Es ist ein... ...ein Fighter. Nee. Lege ich mich nicht mit in. Ein Fighter ist zu stark. Der holt ihn weg. Was ist das? Das ist ein Paladin, aber der hat gerade die Silberpfeile aktiviert. Das ist kategorisch schlecht, weil er macht doch weniger Schaden. Ja. Was ist mit Basis an der Siege? Ach, da. Das macht gar nichts. So. Der geht da hin. Wir machen hier noch einen Wächter hin. Ich brauche das hier. Der ist ja ready. Dann gehe ich mal nach da unten. Ein bisschen da. Was kommt da? Ah, okay. Genau. Ei, 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 ei. Zurück, zurück, zurück. Ja, das meine ich. Der Fighter... ...das kannst du nicht machen. Du kannst da nicht gegen ankommen am Anfang. Also nicht jetzt mehr. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. So, rein da. Oder Mitte, ne? Komm, da hau ich nochmal rein. Ich riskiere's. Mitte ist krass. Zug. So, fangen wir mal an hier. Zack. Zack. Und zack. So, jetzt haben wir auch. Die gehen da hin, die gehen da hin. Tun. Research compete. So, da rein. Und dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Und morgen machen wir hier weiter. Und morgen machen wir hier weiter. In dem Sinne. Okay.